hallo wie geht es denn so ich bin es wieder der rivale ja letztens sind wir durch die ture gekommen wir haben irgend so ein kristallbäumchen gestürzt wir haben ein ein sehr großes schwert bekommen und ja hier geht es weiter in diesem turm warum auch immer wieder hin muss ich habe keine ahnung es hat nicht so gut geklappt naja na ja komm her du ja 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 ich hab da doch was gehört heimatknochen wow gehen wir hier weg warum heimatknochen was ist das zum leuchtfeuer oder schreien der letzte rast zurückkehren ah ok dankeschön na dann weiter ah immer einen an oh es sind jetzt mehr gegner ach schade die könnte ich nicht gegenwärtig ach schade die könnte ich nicht gegenwärtig was steht hier schatz vor als ob genau genau darauf halte ich nicht ein ne 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 oh was ist das denn hier visionen von oberhalb okay hier ist nichts da steht nichts ich finde das wäre gefährlicher hätte er die bombe noch gehalten mit 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 gezündeten gezündeten mensch gezünden gezündeter lunze das denn hier oder ist ja okay ost west schild oh mensch moment ein neuer schild und wo ist der es geht heilige kleriker glocke was macht es ist eine waffe ist jetzt g70 feuer ja gut abverminderung ich nehme lieber diesen schilder ok so im spring da habe ich auch gespürstet ok ja dann behalte ich habe den schilder den ich jetzt habe ok da oben steht jemand ich kenne ihn nicht ich gehe lieber in die andere richtung da wo es mehr loot gibt genau gut okay das muss ich mir auch mal anschauen gut erhält stärke der flamme steigert dp bis zum tod gut zu wissen hier ist nix ein mal knochen ok ja und jetzt ist hier noch jemand was zum teufel ist das denn ein hund oder so ok ok gut sehr gut äh das reicht sicher und sonst habe ich ja alles muss ich jetzt da rein ich weiß nicht ich will nichts verpassen hier ach komm bist du still hier sind Drohne feuerband schreien junge oh da sitzt irgendein ritter hä okay okay die musik hat angefangen zu spielen steht hier nebelwand voraus okay okay ne karte wäre net oder zumindest ein zielpunkt der deines verlassenen leichen namens das macht es mir einfacher den weg zu finden ach die hände ja ich bin aufgeregt entschuldigung wenn ich zu wenig spreche ok was steht hier betrug voraus äh potter durch die wand gehen nein ok da steht hier hinten was ok das leuchtfeuer würde ich gerne los bringen los weg hoch habe ich jetzt gedruckt äh ich habe das gefühl ich muss in die mitte aber bevor ich dahin gehe äh ja gehe ich da hoch ja nicht toll und vor allem nicht wenn hier eine klippe ist was zum teufel will der denn sch vor allem Okay. Wow, macht das Schaden. Was? 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 Äh... Hä? Was? 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 Ähm... Da stehen oben links, grüßt nicht mehr. Ach, jetzt stehen hier Zeichen drauf, auf dem Boden. Oh, toll hier ist hier, oh, guck mal. Nein. Nachricht lesen. Versucht... Parrieren. Hurra für Herold. Hä? Hä? Sind das Spielernachrichten oder was? Bewegung bleiben, nicht aufgeben. Ähm, soll das Motivation sein oder was? Was? Ah, der wahre Kampf beginnt. Ja, das hab ich. Viel Erfolg, dankeschön. Was? Was zum Teufel war das denn? Hä? Nein, meine Seelen! Die sind weg! Was ist das? Die sind unten oberhalb Eier. Was zum Teufel! Was? Was ist das denn da? Was ist das denn da? Aber, ich hab's mal im Ernst. Warum? ich glaube das sehen wir in der nächsten folge